In den Testständen des Fraunhofer IWES in Bremerhaven werden bis zu 90 Meter lange Rotorblätter getestet. Das IWES prüft, ob die Lastenauslegung des Blattes den realistischen Beanspruchungen einer 20-jährigen Betriebsdauer standhält. Die Blattprüfungen an Prototypen werden im Kundenauftrag ausgeführt. Die Ergebnisse dienen auch zur Zertifizierung der Rotorblätter. Beim sogenannten statischen Test lassen sich Belastungen wie bei Extremwindereignissen simulieren. Das Rotorblatt wird an bis zu 8 festgelegten Punkten kontrolliert belastet. Bei langen Blättern wird dabei der Kippblock geneigt. Das Blatt wird so stark gebogen, dass an der Blattspitze eine Auslenkung von über 30 Metern möglich ist. Hunderte am Blatt angebrachte Sensoren registrieren die auftretenden Verformungen, Kräfte, Dehnungen, Beschleunigungen und Temperaturen. Ein Messsystem zeichnet alle Werte auf. So werden Schwachstellen im Design sichtbar und können optimiert werden. Bei den zyklischen Ermüdungstests wird das Rotorblatt nacheinander in Schwenk- und Schlagrichtung getestet. Ein servohydraulischer Zylinder hält das Blatt mit einem relativ geringen Kraftaufwand in der Eigenfrequenzschwingung, sodass kostengünstige Langzeittests möglich sind. Bei dem biaxialen Ermüdungstest wird das Blatt gleichzeitig in zwei Richtungen angeregt. Mit dieser Testmethode, die am Fraunhofer IWES entwickelt wird, können auch die Zwischenbereiche realistisch belastet und die Wirkungen auf das Rotorblatt erfasst werden. Das Kompetenzzentrum Rotorblatt prüft gemäß internationaler IEC-Normen. Mit der Beurteilung der Testberichte durch unabhängige Zertifizierer ist für die Blatthersteller ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem verlässlichen Rotorblatt-Design getan.